Auf geht's. So, das ist der nächste Schritt. Die beiden, das scheint gut zu funktionieren. Den Blueprint lasse ich hier noch da. Weitere Wohngebäude könnten wir noch bauen, um für noch mehr Arbeitskraft zu sorgen. Es ist aber nicht zwingend. Je mehr Arbeitskraft wir haben, desto mehr Gold nehmen wir natürlich ein. Aber das sind ja arme Leute, die geben noch nicht viele Steuern. Insofern ist das nicht so furchtbar schlimm. Andererseits haben wir, glaube ich, genug an Nahrung zum Beispiel, die gemacht wird. Das heißt, wir könnten auch problemlos hier noch ein paar Leute einstellen. Und wir machen das auch. Ich sorge dafür, dass wir noch ein paar Leute mehr hier sind. Aktiviere auch das hier noch. Und muss ja gleich noch eine weitere Straße errichten. Die Straßen sind ja das Essenzielle in Arno. Überall müssen Straßen sein. Genau. Mit dabei immer noch Co-Moderator Urun, einer unserer Moderatoren von community.writingbull.de, unserem Community-Forum, wo sich Strategiefans treffen, um Multiplayer-Matches zu machen, zu diskutieren über Gott und die Welt, über Computerspiele und so weiter. So, das habe ich jetzt auch nochmal hier hingesetzt. Geht klar. Alles gut. Hier fehlt noch eine Straße. Und für alle, die sich wundern, Daniel baut hier immer erstmal im Blueprint-Modus, weil das unten so eingestellt wird. Ganz genau. Wir wollen als nächstes das nächste Bedürfnis, das befriedigt werden muss, das ist dieses hier. Das Bedürfnis nach Arbeitsklamotten. Dafür sorgen wir jetzt auch Stuntepäne. Das heißt, wir gehen hier rein und haben, ähnlich wie eben schon bei der anderen Produktionskette, einen Zweierschritt. Z.B. die Schafsfarmen, die Wolle herstellen und dann die Weber oder Stricker. Ich glaube, Weber sind das, ne? Das sind Weber, würde ich sagen. Ja. So, die Frage ist, wo wollen wir die hinstellen? Ich glaube, das machen wir hier auch in der Nähe. Was ich übrigens nicht auswendig weiß, ist, ob der Kontor auch Karren zur Verfügung stellt, mit denen Transporte durchgeführt werden und ob man da nur handeln kann. Falls das einer von euch verlässlich weiß und nicht nur raten muss oder raten kann, gebt mal Feedback. Das würde mich sehr wundern. Das würde mich sehr wundern, wenn er keine Karren zur Verfügung stellt. Keine, wenn er keine zur Verfügung stellt, okay. Er tut es eigentlich immer. Es war noch nie anders. Dann wollen wir hier noch die Fertiggebäude hinstellen auf dieser Seite. Ein Fertiggebäude hier. Oder das ist auch, hier können wir auch die Lücken ganz gut, ah ja, wisst ihr, wie wir das machen? Jetzt reitet, jetzt will ich es wissen. Wir wollen ein bisschen puzzeln. Weil ein ganz großer Reiz bei Anno besteht ja darin, dass man die letzten Ecken des Geländes möglichst gut nutzt. Also auch, dass man die Inseln so bis ins kleinste Detail zubaut. Und das geht sehr gut hier mit diesen Schafsfarmen. Das schauen wir uns gleich mal an. Und noch besser übrigens gleich mit den Kartoffelfeldern, wo man dann mit Kartoffelschnaps braut. Da geht das noch cooler. Wir wollen erst mal hiermit beginnen. Daniel, wenn du gleich einen Moment frei hast. Die Leute streiten sich zwar ein bisschen, aber scheinbar soll ich ein bisschen lauter werden. Du sollst ein bisschen lauter werden. Das mache ich sehr gerne. Ich mache mal ganz kurz, mache ich dich ein bisschen lauter. Kleinen Moment bitte. Das mache ich auf TeamSpeak, da sind wir verbunden. Und was die Farmen angeht, das ist halt eine der Sachen, die mich tatsächlich auch an 1800 begeistert. Da habe ich bis jetzt aber immer nur in Videomaterial gesehen. Dass man die Felder wirklich bis ins kleinste Detail anpassen kann. Wir bauen zuerst hier wieder die Fertiggebäude hin. In die Nähe des Marktplatzes hier. Eins hier, eins dort. Das sollte eigentlich funktionieren. Genau, hier stellen wir zwei nebeneinander hin. Das passt fast perfekt hier. Ich drehe das mal. Das finde ich großartig. Das ist ja lieb, dass du das sagst. Immer schon vorbereitet. Und noch ein zweites dahinter. Das sind die beiden. Dann holen wir, dann sorgen wir für die Schafsfarmen. Die stellen wir dahinter. Jetzt will ich gerade, ob ich hier eine Straße reinziehen soll oder nicht. Das wäre eventuell sogar noch ein bisschen effizienter. Ja, würde halt hinruhen, um auch möglich zu haben, mehr Sachen anzuschreiben. Wir stellen eine Schafsfarm hier hin. Die Tutorial-Tipps mache ich weg. Eine Schafsfarm. Und schaut mal den Radius drumherum. Also da, wo das schafiert ist und sich vom Umland ein bisschen abhebt. Das ist der Bereich, wo wir unsere Weiden reinsetzen können. Also unsere Gehege, genau. Das sind drei oder vier Stück, die man hier hinsetzen kann. Und da kann man richtig schön puzzeln. Wir stellen ein Gebäude mal hier hin. Ich drehe das ein bisschen nach vorne. Sieht hübscher aus. Ich finde ja immer das Auge spielt mit. Und hier, schaut mal, die drei können wir hier der Reihe nach dazusetzen. Diese Gehege. Eins kommt hier hin. Das können wir nicht mehr. Doch, das können wir noch. Tatsächlich geht. Oh, wie schön. Dann, da sollte die Produktivität auch nicht schwankern. Oder wir setzen die einfach so nebeneinander. Das ist natürlich so die ganz simple Geschichte. Genau. Das ist halt so ein Ding, jetzt hier bei der Schafsfarm fällt noch auf, dass die Größe vorgeschrieben ist. Ja. Von den einzelnen Parzellen. Das geht hinterher bei den Farmbetrieben durchaus auch bis zu dem Punkt runter, dass jede Parzelle nur so klein ist wie ein so kleines Feld. Ganz genau. Wir werden gleich hier noch, schaut mal, Schnaps werden wir gleich noch machen. Und wir werden gewarnt, irgendwo könnte ein Brand ausbrechen, wenn wir nicht ganz schnell eine Feuerwehr bauen. Wir bauen mal zwei Feuerstationen. Und das ist das, was ich eben gesagt hatte. Das ist so das eine Prinzip, wie man die Reichweite eines Gebäudes bestimmen kann. Schaut mal auf die Straßen. Die verändern. Die sind halt grün gefärbt. Da kommt die Feuerwehr gut und schnell hin. Und da, wo es so hellgrün wird, weiter rechts hin. Da kommt die Feuerwehr nicht mehr so gut hin. Aber so ist, glaube ich, alles ganz okay. Wir kommen eventuell sogar mit einem zentralen Gebäude so halbwegs hin. Wenn wir ganz geizig sind, aber wir machen lieber zwei. Wir stellen eins hier vorne hin. Ich gucke mal, ob ich das drehen kann. Und dass es dann trotzdem noch passt. Nicht wirklich. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Dann mache ich mit dem Abreißesymbol die Straße. Wenn man das so, ich ziehe die Straße von hier. Hier hin. Dann machen wir mit dem Abrissgebäude das hier wieder weg. Dann setzen wir die Feuerwehr hier hin. Die hat eine Seite mit Schild, eine ohne Schild. Und ich finde es total, das kann man schwer sehen. Aber hier ist ein Schild. Und das Schild soll zur Straße, finde ich. Ansonsten ist das doof. Man muss schön spielen. Stellen wir hier hin in die Mitte. Na, hier unten reicht auch. Vielleicht kommen wir ein zentrales Gebäude für die Bedürfnisdeckung. Stellen wir vielleicht lieber oben hin. Da kommt die Feuerwehr hin. Und wir wollen die auch sofort ausbauen. Schaut mal. So sieht sie aus. Unsere erste Feuerwehr ist gebaut. Die braucht eine Weile, bis sie steht. Wird erstmal, hier wird Feuerbekämpfer werden ausgebildet. Und ich würde gerne ganz auf Nummer sicher gehen. Und da, wo wir dieses Industriegebiet haben, direkt hier an dem Lagerhaus noch eine Feuerwehr hinstellen. Aber nochmal, glaube ich, nicht wirklich was falsch. Eigentlich solltest du auch darauf achten, die Feuerwehren, die kosten jetzt nochmal ordentlich Geld. Dann musst du gleich noch ein paar mehr Bewohner reinhauen. Da hast du sicher recht. Übrigens, wenn sich die Gelegenheit mal ergibt, im Moment ist sie ja noch mitten im Bau, aber wenn wir gleich mal kurz einen ruhigen Moment haben, vielleicht zum Folgenwechsel mal reinzoomen. Weil das ist ja eines der Highlights von Anno immer schon gewesen. Die Grafik. Die Grafik und die Kleinteiligkeit. Dass man wirklich auf die Betriebe hinzoomen kann und viel sieht. Das mache ich, nachdem wir hier wenigstens eine von diesen weiterverarbeitenden, wolleverarbeitenden Gebäuden mal abgeschlossen haben. Aber eine hier, eine dort und es wird hier fleißig gebaut. Und damit ist das Grundbedürfnis der Leute, sind die drei Grundbedürfnisse gleich erfüllt. Hier wird sich gleich ein Prozentzahnsatz, wird hier langsam anwachsen. Also Zugang zum Markt, Fisch und die Arbeitsklamotten. Ich glaube aber, wir wollen ja... Oh, minus 195 ist heftig. Wir wollen mal gleich dafür sorgen. Mehr Leute! Ja, unbedingt. Und ich finde es interessant, gerade jetzt, ist ja das erste Mal, dass du das jetzt zeigst. Und es ist wieder mal interessant, dieser Effekt, den man bei Curbius immer hat. Wie spezifische Fragen die Leute stellen können. Zum Beispiel, können jetzt Produktionsbetriebe auch brennen? Ich sage mal so, besser nicht. Besser nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, wir gehen auf Nummer sicher und stellen in jede der beiden Gebiete, in das Wohngebiet, in Industriegebiet 1 hin. Wie war das denn bei früheren Anurteilen? Also ich weiß noch, also erstens war das tatsächlich immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber wo es Feuer generell als Beecher gab, dass also was brennen konnte, da konnte eigentlich immer vor allem die Wohnhäuser brennen. Ah. Ich denke mir, das sollte verhindern, dass der Spieler allzu sehr in einen, sagen wir mal, Domino-Effekt hineingebäht. Das ist witzig, weil es gibt ja Spiele, die ähnlich funktionieren. Also diese Aufbaustrategie, Wirtschaftssimulationen und bei SimCity zum Beispiel. Das ist glaube ich so, dass die Industriegebiete, die Industriegebäude, dass die besonders gefährdet sind, in Brand zu gehen. Wahrscheinlich hatte ich das im Kopf gehabt, als ich dachte, um Gottes Willen. Ich glaube, bei Tropico, das ist eventuell auch so. Ne, bei Tropico kann glaube ich alles abfackern. Jetzt haben wir noch einen zweiten daneben gestellt hier und werde auch gleich hier noch, das hier ist das Lagerhaus, das ist die Weberei. Die zweite Weberei aktivieren wir auch noch. So, jetzt haben wir für das Grundbedürfnis gut erfüllt. Wir gehen mal, das war ja dein Wunsch auch mal, wir gehen mal direkt ran und schauen uns mal. Moment, genießen wir einfach nur die schöne Grafik hier, die schöne Spielwelt. Wir wollen gar nicht so rum optimieren. Einfache Feldwege hier, wo die Leute lang laufen. Ihr seht vielleicht, das ist ein bisschen doof. Bei so einem Stream ist die Grafikqualität natürlich nicht so gut, als wenn man selber spielen würde oder das in einem vorproduzierten Video sehen würde. Aber ich habe das Spiel auf sehr hohen Einzelheiten. Also ich habe lediglich die Schattenstufen runtergedreht. Und das meiste ist jetzt nicht unbedingt, oh, da wird gestreikt. Schaut mal, hier streikt jemand. Ich wette, weil er sich nicht besaufen kann. Ja, ich würde auch sagen, der fehlende Alkohol ist schuld. Unfassbar. Dann werden wir zuerst aber einen Pub bauen. Das wurde uns hier auch empfohlen in den Quests. Einen Pub bauen. Den finden wir hier. Es ist interessant, dass man sagt, es gibt Sachen, es ist eine schöne Unterteilung. Es gibt Sachen, die die Bewohner unbedingt brauchen. Und die Happiness lässt sich halt über mehrere Faktoren gewöhnen. Das ist ein neuer Ansatz. Kirchen kann man glaube ich auch gleich bauen. Ich gucke mal, was wohin passt. Ich glaube, die Kirchen sind schlanker. Oder ich werfe Papp und Kirche durcheinander. Und es gibt gar keine Kirche, sondern nur der Papp, wo der dem Götzen Alkohol gefrohnt und der angebetet wird. Übrigens, was man eben gesehen hat, das war die maximale Zoom-Stufe, die jetzt derzeit so im Spiel vorhanden ist. Weiter, also so dicht kann ich rangehen, weiter nicht. Das ist der Papp. Und zack ist er auf jeden Fall da. Die Bevölkerung dankt uns, dass sie sich gleich besaufen kann. Und das, schaut mal, hier ist eine kleine Kapelle, die ihr rechts spielt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier ist ein Trommler zum Beispiel. Drei Leute stehen hier und feiern und tanzen. Es sind Sonnenschirme aufgestellt. Hier auch eine Gruppe, eine kleine Musikband, die ihr spielt. Unheimlich detailliert. Da hinten ist ein Gaukler zu sehen, hier. Hier ist ein Gaukler. Hier noch eine Kapelle. Kapellen ohne Enten. Und das ist halt das eigentliche Wirtshaus. Das übrigens anscheinend nicht mit Alkohol versorgt werden muss. Das machen die ganz von alleine. Aber die Leute selber, die brauchen Halschnaps. Wir werfen hier nochmal einen Blick rein. Bei der Happiness kommt das allmählich. Schnaps fehlt noch, aber das Bedürfnis in einem Pub haben wir erfüllt. Das heißt, dass die Auswärtsspiele oder das Auswärtssaufen, das haben wir schon mal ermöglicht. Jetzt glaubt man auch, ich will auch zu Hause saufen können. Und wir müssen für die Leute Kartoffelschnaps herstellen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Wirtshaus sieht auch, also dieser Pub sieht auch, finde ich, sehr deutsch aus. Wahrscheinlich wird da deutsches Bier importiert. Das kann gut sein. Schau mal, wir haben jetzt ja die Möglichkeit, die Leute aber trotzdem schon mal upzugraden. Und das geht hier über diesen zentralen Button. Das geht diesmal komplett manuell. Bei früheren Anlots war das ja teilweise so, dass man das so einstellen konnte, ob die sich automatisch upgraden können oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in den Optionen ist. Aber so, wie ich es mitbekommen habe, geht das hier nicht, weil das wird einem ja alles zerschießen. Weil man muss ja die verschiedenen Klassen von Arbeitern, von Bürgern und so weiter und muss pro Klasse auch bestimmte Arbeitsplätze befüllen. Und wenn man keine Arm-, keine Unterschicht hat, dann bricht alles zusammen. Reich ist nur derjenige, der genug Arme um sich herum hat. So in etwa, genau. Aber das war halt zum Beispiel auch in den vergangenen Annos nicht der Fall. Es gab zwar dann Staffelungen, dass die quasi erzwungenermaßen so ein Bild erzeugt haben, dass es von den verschiedenen Stufen immer einige Leute gibt. Aber hier ist das absolut essentiell. Wenn ihr hier hingeht und ihr habt irgendwie eine Insel, auf der extrem viele Farmen sind und habt keine Farmer auf dieser Insel, dann sieht das schlecht aus. Schaut mal, was sich bitte, was sich da oben getan hat. Jetzt haben wir hier zwei verschiedene Klassen. Das sind immer noch die Farmer, die untere Bevölkerungsschicht. Und das ist die zweite. Das ist die Arbeiterklasse. Die steht uns jetzt zur Verfügung. Und ihr seht auch die Zahlenwerte. Wir sind bei beiden im Plus. Das heißt, alle Leute, die jetzt in diesen neuen Arbeiterhäusern sind, haben im Augenblick keine Arbeitsplätze. Weil wir noch kein Gebäude gebaut haben, um deren Bedürfnisse zu befriedigen. Und das sind typischerweise dann auch solche Arbeitergebäude halt. Und wir haben hier also einen dicken Überschuss. Und die Farmer, da ist der Überschuss nicht mehr so groß. Deshalb müssen wir gleich, wenn wir in die Schnapsproduktion gehen, aufpassen, dass der Wert hier nicht ins Negative absackt, weil sonst die Produktivität der Gebäude schlechter ist. Vollkommen richtig, ja. Nächster Schritt ist jetzt aber erstmal, dass wir die Schnapsproduktion anschmeißen. Das heißt, wir brauchen hier Kartoffelfarmen, Kartoffelfelder und Schnapse, Destillerien, Schnapsbrennereien. Destillerien, entschuldigt. Ich würde das alles auch gerne hier oben machen. Ich gucke mal, ob ich hier die Markthalle schon ausbauen kann. Das ist die Feuerstation. Das ist die Markthalle. Scheint nicht der Fall zu sein. Übrigens auch hier, na man kann die nachher noch erweitern, das geht noch nicht. Schaut mal hier, es gibt auch hier zwei Reiter. Das sind die Waren. Das heißt, wir können uns einen Überblick dafür, darüber verschaffen, wie es auf der ganzen Insel aussieht an Waren. Indem wir hier reingehen, das anklicken, die Liste wird gezeigt. Und auch die Lagerkapazität. Und die ist inselweit, die Lagerkapazität. Daneben stehen die Items noch. Das heißt, Gegenstände. Das sind Gegenstände, die wir zum Beispiel erbeuten können bei Expeditionen. In andere Teile der Karte. Das haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Und die kann man dann, diese Gegenstände, die man dann da erbeutet und zurückbringt in die Hauptinsel, platzieren. In Gebäuden seiner Wahl, um die zu boosten. Um die effizienter zu machen oder was auch immer. Und jetzt kommt ein ganz cooles neues Feature. Schaut mal. Jetzt kommt, es ist nämlich erstmals so, dass wir uns die Zeitung anschauen können. Achtung. So sieht es ja aus. Die Anno-Zeitung. Die erste überhaupt. Und das ist jetzt, bei anderen Spielen ist das teilweise so, dass das nur so ein Gimmick ist. Also irgendwie so ein Gag, der eingebaut wird. Irgendwas, was einem gute Laune bereitet. Aber hier ist es anders. Es hat, es war, natürlich sorgt es für gute Laune. Insofern, weil wir, uns wird jetzt angezeigt, wie es ist im Spiel. Also welche Spielerfolge wir zum Beispiel hatten. Das wird in der Zeitung von diesem Schreiberling dann dargestellt mit positiven Artikeln. Aber es hat auch Auswirkungen aufs Gameplay. Weil der berichtet auch über Dinge, wo wir noch nicht so gut waren. Und wenn er darüber Artikel in die Zeitung stellt und die veröffentlicht, dann sinkt die Zufriedenheit der Leute. Und wir haben allerdings die Möglichkeit, das zu beeinflussen. Dadurch, dass wir Fake News veröffentlichen. Daniel, nein. Doch, tatsächlich. Das ist nicht die Zeitung. Nein. Ich muss, ihr wisst ja, also wer mich schon lange begleitet hat auf YouTube, weiß ja, wo ich herkomme. Ich bin ja eigentlich von Hause aus Journalist, Radiojournalist, allerdings kein Zeitungsschreiberling und habe 30 Jahre fürs Radio gearbeitet. In meiner Praxis war das nie so, dass jemand wie hier jetzt Einflusspunkte geltend macht, um mir meinen Beitrag aus meinen Patschhänden zu entreisten, mir ein anderes Manuskript in die Hand zu drücken und dann muss ich das fürs Radio vorlesen und in der Zeitung veröffentlichen. Das ist ein bisschen ein interessantes Modell. Aber hier geht das halt. Hier geht das halt über, was weiß ich, dass der Chef beeinflusst wird, dass irgendwas nicht veröffentlicht werden kann. Links seht ihr eine positive Nachricht. Also hier, wir haben die erste Insel besiedelt, es läuft alles ganz gut, die Leute sind gut drauf, die haben ein Dach über dem Kopf, alles bestens. Das hier ist eine negative Geschichte. Wir haben einen Engpass an Schnaps. Das ist noch sehr, sehr wohlwollend formuliert. Ja, nämlich gar kein Schnaps. Kein Kartoffelfeld, nichts. Und das sorgt für plus 5%. Hier fehlt leider ein Tooltip. Ich müsste jetzt ein bisschen raten, was das bewirkt. Ich vermute, ich weiß nicht, ich vermute, es ist fehlende Produktivität, weil im Hintergrund ein Zahnrad-Symbol und darüber so ein Balkenstrich, das sollte eigentlich heißen, vermute ich mal einen direkten Abzug, einen direkten Malus von 5% auf die Produktivität. Ich weiß es allerdings nicht sicher. Und rechts eine weitere Meldung. Wir sind in den roten Zahlen. Wir haben einen laufenden Defizit, Runde für Runde oder Monat für Monat. Und das mögen die Leute auch nicht. Das beschädigt unseren Ruf. Deshalb sind die Leute ein bisschen unzufrieden. Das heißt, wir haben einen Minus-5-Faktor bei der Zufriedenheit. Und jetzt können wir uns überlegen, wollen wir das so haben, die Zeitung, oder pfuschen wir den Redakteuren rein? Und wir machen Folgendes. Der Tooltip ist daneben, lese ich im Chat. Wo ist der denn? Ah, da oben, alles klar, ist doch da. Stimmt tatsächlich. Es wird dir immer angezeigt, was das jeweils beeinflusst. Also links ist die Zufriedenheit plus 5. Hier ist... Meet Impotence. Also dieses Bedürfnis nach Schnaps wird jetzt wichtiger für die Leute. Genau. Und das ist nicht in unserem Interesse, weil wir noch keinen Schnaps haben. Aber es ist ein Problem, das lösbar ist. Weil wir ja noch gar... Wir müssen ja nur eine Schnapsfabrik bauen. Diesen Artikel hier, den würde ich aber gerne austauschen. Hier steht, dass die Leute halt unzufrieden sind, weil wir in miesen Zahlen sind. Das können wir nicht beeinflussen. Wir werden immer noch in miesen sein. Und deshalb machen wir Folgendes. Wir klicken hier auf Edit. Wir verändern das. Und jetzt können wir unsere mühsam erwirtschafteten Einflusspunkte für erfolgreiche Spiele einsetzen, um diese Story zu ersetzen durch einen anderen Artikel. Wir können entweder, das ist die ganz billige Lösung, nur 10 von den Einflusspunkten rausgeben, um einfach irgendwas anderes dorthin zu setzen. Neutralen Beitrag. Genau. So was wie, der Kaninchenzüchterverein feiert sein einjähriges Bestehen oder was auch immer. Daneben einen anderen Artikel, der Propaganda macht und der uns sogar plus 5 Zufriedenheit gibt. Also er nimmt nämlich nicht nur die minus 5, sondern gibt uns noch 5 drauf. Das heißt, wir hätten dann 10 Zufriedenheit mehr. Oder das hier, dritte Option, die angeboten wird, das Einkommen durch Steuern erhöht sich um 5%. Das finde ich im Augenblick, was ich jetzt nicht weiß, ist, ob diese Boni nur so lange gelten, bis die nächste Zeitung rauskommt oder ob das bis Spielende so gilt. Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich nicht beantworten. Falls das bis Spielende so wäre, würde ich natürlich gerne hier die plus 5% mitnehmen. Also als Happiness, das ist ja der zentrale Faktor, der über die Produktivität beeinflusst. Ich glaube, wir nutzen das mal mit der Happiness und hauen 30 Einflusspunkte raus, dass die Leute richtig zufrieden sind mit uns, Alex. Genau, machen wir das mal. Ich bezweifle allerdings ehrlich gesagt, dass die Sachen immer bis zum Ende des Spiels gelten, weil das stapelt sich dann so in die Höhe, dass es nicht unrealistisch ist. Ich ziehe dieses Manuskript rüber mit der Maus, ersetze diesen Artikel und wir haben jetzt plus 5, wir bestätigen das, wir veröffentlichen das. Es kostet uns 30 Einfluss in Summe und wenn wir jetzt mal zusammen in einen der Betriebe mal gucken gehen, wie es hier aussieht, hier in die genauen Anzeige, dann seht ihr, oh, noch, er wurde noch nicht übernommen, das kommt sicher gleich. Also hier müsste gleich hier ein Infaktor drin stehen. Das kommt sicher noch. Ja, würde ich auch sagen. Die Einflusspunkte, da wird gerade im Chat gefragt, die sieht man links oben, schaut mal an. Da sind die Einflusspunkte und wo die herkommen. Das heißt, wenn man bestimmte Bevölkerungsgrenzen überschreitet, Limits überschreitet, bekommt man Einflusspunkte spendiert und außerdem gibt es so ein Basiseinkommen von Einflusspunkten über Zeit, die einem Laufen gibt. Also entweder gibt es bei dir gerade Gewitter. Nein, das Gewitter ist hier. Ich wollte dich gerade tagen, weil ich dachte, du schnorbst laut, aber es ist hier Regen. Eine Regenguss. Es regnet Katzen und Hunde. Schaut mal. Katzen und Hunde. Gleichermaßen. Im Hintergrund hört ihr auch Blitz und Donner. Selbst die Vögel werden nass. Wir nutzen das mal, um einmal durch die Spielwelt durchzugehen. Bin gespannt auf sich ja große Pfützen bilden. Falls der ein oder andere von euch sich erkältet, ich übernehme dafür keine Verantwortung, Beschwerden diesbezüglich an die Entwickler richten. Ein Blue Byte in Mainz. Ah, hört schon wieder auf. War nur eine kleine Schauer. Kein britisches Wetter hier. Jetzt wollten wir aber den Schnaps bauen. Und das ist hier unten Schnapsproduktion. Wir müssen Kartoffelfelder anlegen und Schnapsbriterei einsetzen. Die Felder würde ich gerne hier unten machen. Was wollen wir zählen? Sieben Tage lang. Ja genau. Wir machen das hier. Ich mache mal eine Schnapsdystellerie im Blueprint Modus hier hin. Zwei nebeneinander. Ich drehe die mal um, wie die am elegantesten passt. Passt beides nicht. Na toll, klasse. Und hier kommen wir an ein ganz klassisches Anno-Problem. Es passt nicht. Es passt nie. Es passt nie. Machen wir eins hier, eins daneben. Wir gehen in den Straßen, die Straßen rein, rund um das Lagerhaus. Ziehen wir das bis hier hin. Bis hier hin. Jetzt bauen wir die Schnaps, die Kartoffelfelder. Eine Potato Farm. Jetzt kommt das Feature, das du eben schon beschrieben hast, das echt super cool ist. Wir bauen hier zwei Farmen nebeneinander hin. Ich mache das mal so, dass ich auch hier eine Straße ziehe. Hier ist der Einflusskreis. Man sieht es auch viel größer, in dem man diese Felder setzen könnte. Als eben noch bei den Schafen. Wir setzen einmal eine Kartoffelfarm hier hin. Und drehen. Das ist okay, glaube ich so. Ja. Wir arbeiten mit zwei. Wir ziehen erstmal hier das Feld auf. Schaut mal hier. 72 einzelne Felder können wir hier einsetzen. Und die können wir jetzt aufziehen. Wir können die einzeln setzen, wenn wir wollen. Also so. Schaut mal. Ich mache das mal. Oder wir ziehen die auf. Also so zum Beispiel. Und ich mache mal folgendes. Ich ziehe die mal in die Länge. Guck mal. Mal gucken, ob das geht. Der Einflussbereich ist riesengroß. Eins nach hinten. Das ist eigentlich Quatsch. Wir machen das umgekehrt. Wir machen das lieber hier unten lang. So. Oh. Die sind ja riesengroß. Da brauchen wir richtig lange für eins hier. Eins fehlt noch. Ein einziger ist. Ich fühle mich ein bisschen veräppelt. Wie hässlich. Ja, aber genau. Das ist halt jetzt das Schöne. Die Form sieht so schön aus. Aber es fehlt ja noch genau ein Feld. Das ist ja potthässlich. Jetzt muss ich ein einzelnes Feldchen hier oben hinsetzen. Ich versuche mal, ob das auch ohne geht. Dann ist die Produktivität geringer. Ja, aber bei 72 und dann fehlt eins. Wie viel mag das wohl sein? Ja, eben. Genau. Produktivität nur bei 99 Prozent. Das ist die Kartoffelfarm. Wir stellen gleich eine zweite noch daneben. Wir machen schon mal eines der beiden. Achtung, da oben. Wir sind nur bei plus 20. Arbeitskraft durch die Farmer. Stellen das hier her. Die Schnapsbrennerei. Setzen ein zweites Feld. Passt das hier links hin? Mal gucken, ob es geht. Wir versuchen es mal. Wir stellen hier noch eins hin. Ziehen die Felder hier auf. Oh, irgendwas ist aber an der ersten Farm schon falsch. Oh gut, brauche erst mal. Entschuldige bitte, was ist falsch? An der ersten stimmt schon was nicht. An der ersten Farm stimmt irgendwas nicht. Unfassbar. Die hat ein rotes Zeichen. Es fehlt Arbeiter. Arbeiter fehlen. Arbeiter fehlen. Das ist das Problem. Ich mache das hier mal kurz fertig. Hier finde ich übrigens interessant, dass die Symbole mich irgendwie eins zu eins an den Vorgänger erinnern. Jetzt haben wir das Problem, schaut mal oben, minus 30. Das ist, wir haben viele Leute umgesetzt schon. Also wir haben denen erlaubt, dass sie ihre Gebäude umbauen in Arbeitergebäude. Wir haben aber noch keine Arbeiterarbeitskräfte. Das ist aber mal ein Malus oben. Also es war nicht optimal gespielt, aber um es, ich hoffe ihr nehmt das ab, es war Absicht, weil ich euch einfach zeigen wollte, wie man das Upgrade macht. Und weil wir auch ein bisschen mehr Geld dadurch bekommen. Also wir brauchen ein paar mehr von den Farmgebäuden. Haben wir doch vorher besprochen, Daniel, dass wir absichtlich schlecht spielen. Ja, genau. Das gelingt mir im Zweifelsfall auch immer. Ich mache jetzt auch mal den Blueprint-Modus ab und wir bauen direkt richtig. Das schaffen wir. Eine werden wir stärken, um absichtlich schlecht zu spielen. Ich habe ja keine Ahnung, wenn der Mann gerade nicht streamt, was der plötzlich alles kann. Der Wahnsinn. Ja. Oh, hier noch eine Straße hin. Hier noch einer. Ich muss aber zugeben, wenn ich so ein Spiel neu entdecke, dann habe ich auch erst mal viel zu tun. Auch bei den Betrieben, weil die Frage jetzt ein paar Mal in den Chats kam. Natürlich wissen sowohl Daniel als auch ich noch nicht genau, wie man die Sachen jetzt zueinander, ja, proportionieren muss. Also wie viele Farmen was versorgen können und so. Das ist genau das, was ja am Anfang eines Annus, wenn man das das erste Mal spielt, den neuen Titel, den Reiz ausmacht. Dass man kennenlernt und erfährt, wie was funktioniert. Das Spielprinzip ist ja nicht, das ist ja nicht so revolutionär verändert. Zumindest bei den meisten Anno-Teilen. Man startet ein Anno und weiß, es fühlt sich wie ein Anno an. Also das hier insbesondere fühlt sich wie ein altes, wie ein klassisches Anno an. Und die Veränderungen kommen dann im Detail. Und die Gebäude und ob man jetzt einzelne Felder setzt oder größere, ob das jetzt dreimal vier ist, ist ein Basisgebäude oder nicht. Und da hilft halt dieser Blueprint-Modus enorm weiter. Jetzt haben wir ganz viele hiervon gebaut und jetzt sind wir bei minus sieben bei der Arbeitskraft. Der Farmer, da ist aber deshalb, weil die noch nicht komplett hier besiedelt sind. Da kommen jetzt nur einige dazu. Das ist soweit gut. Wir werden gleich im positiven Bereich sein. Ich mache für die Leute, die sich später die Aufzeichnung auf YouTube anschauen werden, nochmal eine kleine Unterbrechung. Der Stream geht aber sofort weiter. Der Stream geht aber auch weiter.